Guten Tag, hier ist Kosium Rafa, Training Akademie und heute geht der Gedanke weiter, was das Planen angeht. Man sagt, dass in so einer Krisenzeit das Beste zu tun ist, vorzubereiten und planen. Weil es gibt so ein bisschen die Einstellung, wenn die Zeiten so unberechenbar sind, dann lieber nicht planen. Aber genau das Gegenteil ist richtig. Obwohl die Zeiten so unberechenbar sind, sollte man sich nicht davon abhalten lassen, trotzdem zu planen. Weil wer versäumt zu planen, der plant seine Niederlage. Wer versäumt zu planen, der plant seine Niederlage. Ein Turbo-Tipp von heute. Ich wünsche Ihnen viel Kraft in dieser ganzen Zeit, dass wir das gemeinsam aufs nächste Level bringen. Hier war Kosium Rafa, Training Akademie. Bis dahin.